Hallöchen ihr Lieben! Schön, dass ihr dabei seid. Heute gibt es bei mir was leckeres, gesundes, vegetarisches. Das sind die Gemüsefrikadellen oder Puffer. Die schmecken wunderbar mit dem Dip dazu und wie es geht zeige ich euch jetzt. Hier schon mal die Zutaten für euch. Ich fange mal hier an. Petersilie, Haferflocken, Mehl, Kartoffeln. Die Kartoffeln habe ich schon gekocht und gepellt. Eine Zucchini, Eier, Karoten, Zwiebel, Knoblauch, Erbsen, Salz und Pfeffer, Senf und für den Dip habe ich hier Schmand, Zitrone und Schnittlauch. Ich brauche auch noch Öl zum anbraten und es geht los mit Gemüse, Schneiden und Reiben. Die Zwiebel wird in kleine Würfel geschnitten. Die Petersilie und den Schnittlauch habe ich jetzt gewaschen und abgetrocknet. Ich schneide jetzt auch ganz klein. Die Zucchini wird gerieben. Die Karoten reibe ich auf. Die gekochten Kartoffeln werden auch gerieben. Jetzt habe ich schon alles gerieben, geschnitten und in eine Schüssel gebe ich alles zusammen. Ich gebe dann noch die Erbsen rein, dann die klein geschnittenen Zwiebeln noch, die zwei Eier noch. So die Knoblauchzee press ich noch mal rein. Und ich gebe erstmal ein bisschen Mehl und dann gucke ich nachher wie viel ich noch brauche, erstmal zwei, drei Esslöffel. Salz und Pfeffer noch. Petersilie auch rein. Ja, dann vermögen wir das. Die Gemüsemischung ist jetzt fertig. Ich lasse es beiseite für etwa fünf Minuten, dass die Aromen sich zusammen vermischen. In der Zeit mache ich den Dip. Für den Dip benötige ich jeden Schmand. Dann kommt das klein geschnittene Schnittlauch und Petersilie rein. Salz und Pfeffer. Eine halbe Zitrone reinpressen. Gut vermengen. Die Dip ist jetzt schnell fertig geworden. Kommt in den Kühlschrank und in der Zeit dann braten wir die Frikadelle. Ich gebe jetzt in der Pfanne Rapsöl. Wenn das Öl heiß ist, dann kommen die Frikadellchen rein. Boah, das duftet so gut. Jetzt sind es etwa fünf Minuten und jetzt drehen wir es schon. So ihr Lieben, die ersten sind jetzt fertig. Ich guck mal einmal. Oh ja, die sieht gut aus. Dann nehme ich raus. Der wird auch gut aus. Ich mache jetzt weiter und dann kommt wieder, wenn ich fertig bin. Ich habe noch was zu tun. Et voilà! Die leckeren vegetarischen Gemüsefrikadellen oder Gemüsepuffer, hat von beidem was, sind jetzt fertig. Ich habe schon genascht. Mit dem Dip zusammen, denn wunderbar ist ein Gedicht. Seid ihr Lieben, nicht vergessen zu liken, zu kommentieren, auf den Abo-Button drücken. Nicht vergessen, das Glöckchen aktivieren. Und seid dabei bei dem nächsten Video. Bleibt gesund! Tschüssi! Tschüssi! nya